Moin Leute, zurück bei Oblivion, Harry Plaro Let's Plays, ich, Hans, wieder alleine, oder immer noch, oder wie ihr möchtet, wir sind in der Mission, Koroll zu retten, und wir müssen zwecks der Rettung Korolls dieses Oblivion-Tor schließen. Eben waren wir in Eruption, jetzt gehen wir in Erdrutsch. Und müssen die Tore öffnen. Ah, ich hab alle. Wir hatten voll. Hier hab ich das Erdrutsch-Tor. Ich glaube, man muss gar nicht alle Tore öffnen, aber ich geh jetzt einfach mal hier oben rum und mach es. So. Das sind nur einer. Das sind auch so klein. Der ist größer. Der ist kleiner. Hier sind wir wieder bei TORNADO. Uff. Der Käfigmeister. Tschick. Bye bye baby. Tsunami Gate Control. Hm. So, weiter. Dead were a suck. Kleiner Seelenstein. Seelensteine sind gut. Gold sowieso. Tsunami Gate Control. Tsunami-Tonami hatte ich auch nicht. Ich meine, das hatte ich schon. Hm. Curious. Ich finde es schade, dass es in Oblivion keine Werwölfe gibt. Gibt es so nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich meine, in dem hier war ich schon. Ich müsste jetzt einmal rumgelaufen sein. Eruption, ja. Muss ich jetzt in... ...den da. Wenn ich bei Eruption unten rausgehe, komme ich da auch hin. Also. Boom. Ist hier ja fast übel geworden. Kann ich hier runterlaufen? Theoretisch um das offene Tor rum. Hey! Die Staffel toschiert. Höhe, du ist von Oblivion. Muss ich in die Große nehmen. Den da? Fragezeichen. Ja, ne? Äh. Achso, ich habe jetzt zwischendrin nicht ausgemacht. Also er hat womöglich immer noch das... ...blöde Format. Falls das ein blödes Format ist. Ich verspreche spätestens, wenn ich das Tor hier zu hab. Ob das jetzt die nächste oder die fürnächste Folge ist. Ändere ich das Format wieder. Wahrscheinlich schon vorher. Wahrscheinlich nach dieser Folge. Nein! Ich weiß wie. Oh, der war nice. Hat der Schaden reflektiert? Gut. Stimmt. Stimmt. So. Uh, die Trich. Die Triche sind auch immer gut. Hab ich noch knapp stärkere Pfeile vielleicht? Was hatte ich? Naughty Asser. Ja. Stahlpfeile hab ich noch. Komm her, Beach. So. 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 Uh, sogar alle drei zurück. Ich bin beeindruckt. Aber natürlich von meiner eigenen Skill, also... Drei Soße, Schwaches, Schwaches, Gifte, Stittel, Gold, Knochen, 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 Knochen. Hm. Da rein? Was ist der bloß? Wo muss ich doch in dem? Oh, komm schon. Wahrscheinlich... ...doch in die Mittleren. Ich dachte, ich kenn die... Also, ich kenn sie auch. Mit Sicherheit. Aber... ...irgendwie jedes Mal, wenn ich hier bin... ...schaff ich's doch wieder nicht. Du bist doch gleich wer. Hab ich morgen geeiert. Hm. Da muss ich aber irgendwo der Eingang sein. Oder muss ich über einen von den Schmalen, oder denen zum Beispiel, da rein? Ah, das wird's wahrscheinlich auch sein. Erdbeben. Kleinen Pfer attackieren. Ja. 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 Was ist das? Da muss noch so viel. Da muss noch so viel. Schum. Ah, genau. Da muss ich jetzt hier jetzt so. Zack. Und auf die richtige Ebene, in dem fetten, mittleren Oberboss Vieh da reinkommen. Jaaaa. Ja. Herz zerreißende Hande. Ja. 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 Jawoll. Ja. Egal. Ja. 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 Da ist so feindlich. Bin ich so unfreundlich zu dir? Nähe des Bösen. Stahlpfeil. Oh, einen verschossen. Mag der wohl liegen oder stecken? Hier liegen. Ah, da. Sehr nice. So, jetzt muss ich nach oben. Ähm, Zitadellenpanne. Ah. So, wie gerufen. Na, Leute. Macht den nach. Macht es nach. Macht es einfach. Wow. Oh, da stehe ich. Scheiße. Echt, ich treff das Vieh. Es stolpert zurück und landet voll drin. Geringere Nerven. Oh, durchs. Piech. ja 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 die die Headshot, Bitch. So. Ich muss mir Stahlpfeile besorgen. Irgendwann hat man von ziemlich allen Pfeilen einen derartigen Überschuss. Aber im Moment. Noch nicht. Nicht. Das hat ihn gekillt. Moin. Er leuchtet so schön. Oh, ich bin hier schon gleich durch. Okay. Weder Mana noch Osterer. Das ist ärgerlich. Wie der mal um die Ecke springt. Kann ich warten? Nein. Ich kann nicht hier einmal warten, kurz. Nein. Nein. Ich kann nicht sagen, dass er das ist. So. Dann muss das, wo ich hin will. Nämlich die Mana von. Zumindest einer. Oh, war das gerade ein eisender Treffer-Ding? Oh, ihr Bastarde. Gar nicht gut. Und schon stirbt einer von euch beiden. Nein. Und dieses eine ist tot. Ja, jetzt schämen doch immer beide weg. Genau. Genau. Krägerzeitung ist gut. Federtrackung aufgelaufen. Irgendwas cooles dabei. Äh. Ne. Das müsste hier auch ruhig sein. Joa. Und dann mache ich auch so. Die Folge Schluss. Nach dem Ladebildschirm. Verliegen der Siedelstein. Gleich mal nachschauen. Tut mir leid, Leute. Das ist so ein Tick von mir. Ich muss die immer sofort nachschauen. Demodivisier. Willenskraft. Okay. So. Dann hätten wir das geschafft. Ladebildschirm. Zum Ende. Jetzt kann ich die Gräfin um... Oh, ich glaube, die kann ich auch wirklich noch jetzt um Hilfe bitten. Ich glaube, das nimmt mir keiner übel. Koroll-Schloss. Und... Ich bin ganz hohr. Es freut mich, euch zu sehen. Ich bin ganz hohr. PM. Hier müsste doch da sein, oder nicht? Was ist denn? Wolfsfell. Warum stellt man Wolfsfell aus? Feder. Wenn das so ist... Ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten müssen. Erst mal eine Stunde. Vielleicht entspannt es sich dann ja. Sie ist da. Nö. Doch. Sehr erfreut, euch zu treffen. Ich bin Gräfin Walger von Koroll. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich zu unterhalten. Ja. Aber... Das hatten wir, glaube ich, schon. Euer Ruf eilt euch voraus, hält von Quatsch. Ihr habt meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, als ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Ich weiß. Jetzt werde ich gern Soldaten entsenden, die euch bei der Verteidigung von Bruma helfen sollen. Wird erledigt. Vielen Dank. Zack. Erlebt wohl. Untersuchung mache ich später. Wie schön, euch zu sehen. Jetzt in den wunderbaren Nachthimmel, da entlasse ich euch von euren Monitoren. Und... Nein, ihr könnt auch eindeutig schauen. Ihr könnt auch mein Minecraft Let's Damage schauen oder das DMC Let's Play. Falls diese Auflösung blöd war, sehen wir uns nächste Folge mit besserer Auflösung. Und... Tschüss.